Ich hebe mal kurz mein RPG ab Yoshi, da ist ein RPG auf der Treppe Halber Weg auf der Treppe Ah, ich kann nicht mehr laufen, lauf Yoshi, lauf, lauf weg Den Hitschrom ausschalten Ich habe tatsächlich ein bisschen reingeschafft Yoshi, was sagst du eigentlich zu einer Wiese? Ich habe ihn auch raus Hier hat kein Holz Oh, da ist nämlich gerade direkt einer vorbeigelaufen Hier auf der anderen Seite der Plane, der so nach Spätzle aussah Wiesern hat keiner Naja, an der Bison ist Null Holz Nur Blech und Plastik Ich hebe die AKM 74, da ist aufwächst Oh man Scheiße Uh, guck, guck, guck Uff Der geht ja mal nachtig weg Ich muss auch mal schreiten Das war so wichtig Der ist leider zu nah dran für den Straylern Der hat noch hinter geschossen Ich mach das Jetzt Ich mach das Jetzt Ah, hinterm Baum Bäh Bäh Jetzt ode Nicht auf zu nahe rein. Die fliege immer zu tief. Ich glaube wahrscheinlich ohne Aufstehen vorher mittlerweile. Fuck. Und jetzt? Das war jetzt die zweite. Der hält heute viel aus. Hm der ist wieder sauer. Ich bin doch schon runter gegangen. Ja doch. Doch. Man kriegt so ein Ding mit 10 Schuss runter. Die müssen halt perfekt sitzen. Ich hab auch draußen irgendwo ziemlich nahe eine neue KSVK geschossen. Hat jemand einen Freshman schon? Die beste Chance? Ja. Okay ich hab nur noch 5 Schuss in dieser Seite. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Also die beste Chance hast du tatsächlich durchs Cockpit. Ich lieg ganz blöde auf dem offenen Treppenhaus. Hm. Der beste Weg das Ding von mir ist immer noch 100 Minuten raus zu flücken. Und ich weiß noch nicht was das tut. Außerdem sollte ich schon ein Dach runter. Wenn er immer noch eine Kiste ist. Das MG was du gefunden hast ist der BMP. Und dann? Ich hätte ihn... Oh nein. Genau da wurde ich erschossen. Ich weiß nicht. Warum kommst du dann von oben dahin? Um dich zu weppen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Come-Off Sprit verliert. So wie der aussieht. Ja. Der hat auch eine Stinger unten. Ich werde jetzt mal versuchen was gegen den Panzer zu unternehmen. Wie weit ist der weg? 100. Wow. Das war unser Gebäude. Fuck was zum... Warum? Ich lebe noch oder? Ich glaube ja. Ich war im Panikraum. Also ich war im wirklichen Panikraum. Was im Klo. Ja. Was ist gerade passiert? Das Gebäude ist kaputt. Aber was ist eingeschlagen? Ist das einmal Panikraum oder ist das zusammengebrochen? Vor allem steht da überall schon mal Brötchen. Also Steffi. Steffi hat uns alle gezählt. Steffi hattest du irgendwo eine Mine gelegt oder sowas? War das nicht? Was hast du denn dann versucht, dass wir angeblich alle durch dich gestorben sind? Danke. Also ich war auf einer Straße und da wollte ich lüten und habe aus Versehen meine Satchel hingelegt. Hm. Ja. Na Infanterie wieder am besten. Ich habe nicht auf Flicks oder irgendwas gedrückt, aber anscheinend... Vielleicht wurde die auch gesprengt durch irgendwas... Ja. Fein. Nee, ich habe extra nichts gemacht. Kein Timer. Links vom Wasserturm kommen auch welche hoch. Sind jetzt bei den Resten davon. Ich dachte auch immer, dass Angies die wieder aufheben können. Ich verstehe das gar nicht. Normalerweise schon, ja. Es kommt drauf. Es kommt drauf. Es kommt drauf. Explosive Specialist kann das glaube ich. Boah, der Burger King ist ein bisschen kleiner geworden. Ja. Da bietet aber immer noch ganz gute Deckung. Und Vorteil... Und Vorteil ist jetzt unkaputtbar. Ja, da waren glaube ich zwei. Heil dich ja, ne? Neu, ich bin ein bisschen links von dir. Ich bin ein bisschen westlich von dir. Wir hingen hier fest. Jo, fertig. Wir sehen den BMP. Ich habe einmal angeklopft. Hat sich jetzt irgendwer den Metis gekrallt, der hier... Also ich habe noch einen, wenn mich mal jemand einsammeln würde. Wenn wir dich finden würden. Gott. Aber es gibt sogar noch eine zweite Interesse. Ah, ich habe dich. Ich habe hier einen gefunden. Da fliegt ein Metis über. Oh nein. Kartillerie. Also der Panikmott ist noch da, ja? Ach, kacke. Krippenboin Panik. Da oben liegt eine KSVK. Oder die schwebten alle. Ja, das ist meine erste gewesen. Achso, der trennt hier zur zweiten, oder was? Ich habe zweckes müssen, weil ich die leer geschossen hatte. Nachladen ist das für Versager. Neue Waffeln nehmen, wo das Magazin drin steckt. Sie hat immerhin auch zwei Hände, oder? Habt ihr nicht Helsing gesehen? Das will ich sehen, wie jemand... KSVK... Was, die kann man nachladen? Nein. Wegwerf KSVK. Mal Helsing sehen, dass Viktoria hat die auch gedule-wieldet. Okay, das braucht man hier. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Da kommen 10, 12 Mann Nord und Oster Die sind auf über die Straße schon Fast in die Straße gehen In den Containern Am blauen Müll-Container sind welche Da rein, zu Freshman Genau vor deiner, genau Hab ich nicht gesehen Ein bisschen links vom Wickel Steht jetzt überall auf dem Podest Graphy hinter mir Auf Jetzt rechts Ah, es ist unbekannte Granate war gut, einer ist noch von uns innen drin Ich bin unten drin Ja, ihr sind jetzt alle drin und die sind noch draußen Ich komme jetzt aber wieder über die Straße Ok, das war auch ein Gegner Ja, aber ich muss hier nachladen Das war das einzige Problem Das ist tatsächlich auch Das sind zwei von euch Wer so gut vertragen hat Wer lebt das noch? Freshman und Gerne Ich wieder Wieder über euch Gerne das Loch links Da oben Er kommt hinter dir Komm, hier war auch noch einer Das ist ganz schön heiß geworden gerade Ja Mhm